So, und da bin ich wieder. Ja. Da stand Westen. Ja gut, aber Westen ist jetzt hier essig. Vielleicht könnt ihr mal aufs Kärtchen gucken. Da sind wir vielleicht in Fuchsania. Ja, Fuchsania City. Gut. Da wollte ich ja auch hin. Aber ich finde das irgendwie eine komische Reihenfolge, dass da dann... Öh, der hat ein Fahrrad. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich gerade noch erzähle, ich weiß es schon nicht mehr. Ah, der hat ein Moped. Ein Biker möchte kämpfen. Ein Smogon. Der Luftverpester. War hier nicht Glutgut? Äh, geht so. Äh, äh, äh. Ich hab mein, mein, mein 0,2 Trinkpäckchen immer noch nicht leer. Und ich bin momentan... ...nebenher jetzt schon das eine Video am Hochladen. Damit ihr für heute ein bisschen Videomaterial habt. Äh, ja, weil... Gestern hab ich nix hochgeladen. Weil ich auch nicht dazu in der Lage war, was aufzunehmen. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, nicht vergiften. Äh, äh. Äh, äh. 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 Jetzt erst recht nicht. Dann werde ich jetzt gleich noch ein bisschen rumlaufen, dass Christoph stirbt. Kurz und schmerzlos. Hm. Los, Christoph. Stirb. Gut. Nummer 2. Hast du schon von den linken deren Pokémon gehört? Ich weiß, dass es da welche gibt, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Jetzt ist es leer. Ja. Ein Porenta. Heißt das nur, weil es Porre in der Fresse hat? Und in was verwandelt? Verwandelt. Entwickelt sich Porenta. Das würde mich interessieren. Aber der kann auch diesen Drecksfurienschlag. Ist ätzend. Jaaaa. Ist gut. Äh. Äh. Ich würde mal jetzt ganz gerne... ...in das Caf kommen. Yay! Schanderrechnung 35. Warum habe ich verloren? Weil du nur ein Pokémon hast. Weil du nur ein Pokémon hast. Was ist denn da drüben? Warum ist... Hä? Geht doch mal da weg, ey. Ich drücke die ganze Zeit auf B. Ich wollte aber auf Start drücken. Ähm... Christoph. Ich bin da gerade etwas verwirrt. Ich bin da gerade etwas verwirrt. Was ist hier überhaupt mit? Da ist nichts drin. Oh. 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 So. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier von Pokémon kommen. Habe ich noch irgendwo... ... ... ... ... ... ... ... ... Superbälle. Hey. Mega. Super. Superball. Der Sat-1-Superball. Set it fast getting close! Ja, und Shen ist mal tot. Ja, und auch Säure, und jetzt ist Shen wirklich tot! Yo. Dein ist... Äh. Ach komm, leck mich doch. Nee, kein Schlaf, Bruder. Flucht. Bam. Leck mich. Drecksbogen. Wenn es ist, ist es noch mal. Oh, ein Buffalo? Nee, ein Mirabla. Buffalo sieht anders aus. Warte, nicht sagst, Julia. Oh. Ein Knuff Hensa. Hat mich das Knuff Hensa schon die ganze Zeit angeguckt und da hat er es gerade auf den Boden geguckt. Ich habe voll die Hallos, ey. Nee. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Boah, hier ist wirklich sauviel Platz. Höh. 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 Höhöh. Ich gehe hier oben lang. Ich möchte ungern kämpfen, weil meine Pokémon alle tot sind. Also teilweise so gut wie. Christoph. Da habe ich mich an der vorbei gemogelt. Wo bin ich denn jetzt gerade auf der Karte? Ah, ich bin doch schon auf dem richtigen Weg. Ich bekämpfe die alle noch. Keine Sorge. Nur nicht. Oh, ein Item. Ich muss unbedingt ein Pokémon-Sender. Nee, nicht Pokémon-Item. Was kann ich denn hier verballern? Aber ich wüsste, was das alles macht. Oder warte mal, ich habe doch hier mein tolles Büchlein. Hier gibt es doch bestimmt diese Item-Liste. Ich will wissen, was Äther macht. Äh, 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 äh. Item-Liste, 108. 100, äh. Äh. Wie heißt das? Äther. Gibt eine Fähigkeit, 10 AP zurück. Äh. Geh mal im Lars. Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe zwei davon. Haben wir denn noch? Laufwecker. Top-Ater. Elixier. Ich gucke gerade auch mal nach, was Elixier macht. 108, habe ich gesagt. Elixier gibt. Allen Fähigkeiten, 10 AP. Piepertrank. Angel. Türöffner. Fahrrad. Beiler. X-Treffer. Ja, ich komme eh nochmal hierhin zurück. Von daher. Erstmal fett drauf geschissen. Aber wüsstest du an deinem Pokédex? Professor Eiske Hilfe ist kürzlich hier vorbeigekommen. Ach, da ist wieder, wieder. Hä, wenn du 50 Pokémon gefangen hast, dann... Kannst du aber mal sehen, du. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eiske Hilfe. Wenn du... Ich habe gesagt 50. Weil 40 wäre zu nah gewesen jetzt. Ep... Watt? EP? Warum sagt er mir denn, was er mir jetzt schenken will? Ach, egal. Autos. Oh, wann fängt da mal das Kaff an? Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Die Pokémon-Safari ist ideal, um Pokémon zu fangen. Oh, ist das sowas wie ein Gold? Wo man dann irgendwie 20 Pokémon-Bälle bekommt und man dann irgendwas fangen muss und dann wird das bewertet nach... Weiß ich nicht, Aussehen-Level-Gedöns und so. Stärke. Oder kriegt man irgendwas. Das habe ich immer voll gefeiert. Ich habe hier immer einen Sichlau gefangen. Oh, Sichlau ist so geil. Wuxania City. Die Stadt der rosa... Was? Rosa-roten Träume. Okay. Pokémon-Paradies Safari-Zone. Gehen wir erstmal nach unten. Das ist ein größeres Kaff, ne? Warum kann man das nicht einsprechen? So, was ist das hier? Safari-Zone. Haus des Wärters. Das sind aber zwei Häuser. Ui. Oh, wenn wir hier Stärke einsetzen... Dann kommen wir an das Item dran. Oh, der guckt aber besorgt mit seinen Augenbrauen. Nein. Was ist los mit dem? was also pokémon spiel sagen so ich hoffe ihr seid befriedigt ich habe pokémon ich habe pokémon angesprochen pokémon ich verstehe den mann nicht jetzt kriegen wir schon die aufklärung wegen ja mein mann ist total durchgeknallt ich bin der ältere bruder des profil ich liebe den angelssport alles du auch gerne ja oh nein du hast keinen platz mehr für mein geschenk ok das ist ein super duper super angel was ist hier unten in den mülleimer nichts ok oder kann man da angeln aber ich finde das nicht so gut dass man hier hinten raus kann weiß man nie wieder wo man rein muss müssen jetzt erst mal pokes hinterfinden oh was ist das ein wasser pokémon wer hat das hier so hingebaut erst mal pokémon sender erst mal den ganzen ramsch bei mir aus dem dingsbums raus machen wichtig ich schmeiß direkt die eine angel weg aber wie ich denn hier muss auch mein pc schmeiß direkt die eine angel mit weg weil ich habe das gefühl dass wir eine neue angel bekommen ablegen so älter zwei parallel dass ich mal noch nicht sehen nur einer super ball top 8 da kann auch weg nein nicht da habe ich die karte schon wieder da reingeschmissen so viel kram hier drin so karte so ablegen super ball super trank elixier sagst du bist du bist voll doof das kannst du voll gut trauen hast du eben gemerkt dass du gegen die mongos da gekämpft hast nö brauchst nicht super trank super trank super angel da weg damit dass das immer nach oben springt türöffner kann weg tm 21 kann weg x treffer kann weg eigentlich soll ich ne ich habe eh genug geld ich wollte gerade sagen eigentlich muss ich den ganzen scheiß mal verkaufen aber ich hab's doch äh den meisterball tu ich auch mal weg weil ich seht schon kommen dass ich den die lagerkapazität ist erschöpft willst du mich verkack eiern boah das mache ich dann irgendwann anders dass ich dann den ganzen scheiß äh aufnehme und verkaufe aua ouch au so äh ja heilen so gleich mal den punker direkt in der rechts von mir ansprechen ja ist gut madame man kann nicht mit nur einem starken pokémon gewinnen es ist mühsam doch alle pokémon sollten ungefähr den gleichen level haben ja du studierst die pokémon dann gehe in die safari zone dort gibt es viele seltene pokémon yay vielleicht auch ein bläh sich lohnt bestlich von vertania city liegt ein Pfad er führt zum hauptquartier der pokémon liga der höchsten instanz von für trainer zieh dich so wo komme ich hier hin cleric der werter der safari zone ist sehr alt aber er ist immer noch immer im dienst allerdings trägt er ein gebiss Ah, dann weiß ich, was das für ein Item ist. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Er hat sie dir gezeigt? Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hätte er gerne alles Mögliche gesammelt. Gut, dann ist das Item, was wir dann mit... Ah, eine Stärke? Ich glaube nicht. Kriegen wir wahrscheinlich hier in der Arena. Die Arena machen wir aber noch nicht. Wir klappern hier erstmal den ganzen Bums hier ab. Was war jetzt hier? Ach genau, der Angler. Genau. So, dann gib mir mal dein Angel-Ding. Ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Profi-Angel. Was haben wir denn vorhin für eine Angel gehabt? Noch was? Hallo, Jule. Wie beißen die Fische? Gar nicht. Ich stand nur die ganze Zeit vor dir. Ich probiere einfach mal. Äh. Ganz unten. Profi-Angel. Bis dahin mal ein alter Stiefel hat angebissen. Gut. Dann halt nicht. Boah, das ist voll das Kackdorf. Ich mochte die anderen alle lieber. Ich geh mal hier. Ne, das hier oben ist die Fang... Fah... 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 축ab買then... Was ist eigentlich mit dir? Erik. Wo ist Sarah? Ich wollte mich mit... Mich hier mit ihr treffen. Was... Weiß ich, wo Sarah ist. Ah, ein Fleckmann. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Kleckmann, Schnarcher. Ah, das ist hier schon... Ah, Janera. Dieses Pokémon zu fangen ist eine reine Glückssache. Janera, Ei. Janera. Oh, was ist das? Ist das ein Elektro-Pokémon oder ist das ein Item? Was ist das hier oben überhaupt? Pokémon-Safari. Äh. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich muss mir jetzt erstmal... Der Pokémon interessiert mich. Ich könnte aber auch erstmal Pause machen. Also erstmal die Aufnahme stoppen. Äh, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.